Schönen guten Tag, ich bin der Chris Marquardt, ich habe hier seit einiger Zeit das Shure MV7 im Einsatz und war eigentlich sehr begeistert davon, dass das Ding a. einen Limiter eingebaut hat und b. einen Kompressor. Der hat zwar null Settings, beziehungsweise man kann ihn in drei Stufen einstellen oder ausschalten, jetzt ist er gerade aus, und dann macht er den Sound fetter und er macht das irgendwie und macht es eigentlich gar nicht schlecht. Aber ab und zu ging der mir aus. Es war mir nicht klar, warum. Und jetzt habe ich das mal ein bisschen systematischer durchgegangen. Also schauen wir doch mal. Ich habe hier den Kompressor auf Aus und ich schalte ihn jetzt einfach mal auf Heavy, dass man den Unterschied hört. Und das hört man auch relativ deutlich, dass dann die Stimme fetter wird. Ich mache ihn nochmal aus. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig, ich bin sehr nah am Mikrofon, Nahsprecheffekt. Und mache ihn nochmal aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also der klingt dann doch schon deutlich fetter. So, jetzt passt mal auf. Ich übersteuere jetzt mal das Mikrofon. Achtung, es wird laut. Hallo, Test 1, 2, 3. So, jetzt habe ich laut ins Mikrofon gesprochen. Und jetzt ist alles leiser. Man sieht es schon an der Wellenform. Ich rede nicht anders ins Mikrofon. Ich bin genauso weit weg vom Mikrofon. Und der Kompressor komprimiert. Aber er hat auch das Level runtergefahren und er geht nicht wieder auf. Und man hört das. Man hört das vor allem, wenn ich jetzt von diesem Heavy-Setting ihn mal wieder ausschalte. Achtung, ich mache jetzt den Kompressor aus und jetzt wird plötzlich meine Stimme wieder lauter. Der Kompressor hat jetzt aufgemacht, aber dazu musste ich ihn ausschalten. Jetzt gehe ich nochmal auf Heavy und man hört, die Stimme wird deutlich fetter. So, ich bin nochmal auf Off. Jetzt bin ich wieder auf Heavy. Und es ist wunderschön laut. Und jetzt gehe ich wieder nach oben und ich übersteuere das Mikrofon. Ich gehe ins Limit und jetzt bleibt der Kompressor zu. Er klingt mumpfig, blöd. Das Fette in der Stimme ist weg. Und erst wenn ich ihn wieder ausschalte, dann wird es wieder angenehm laut. So, jetzt hat das Ding einen eingebauten Limiter. Und dann dachte ich, naja, vielleicht hat der Limiter ja irgendwas damit zu tun. Schalte ich den Limiter mal an. Solange ich hier von der Wellenform, von der Lautstärke nicht zu hoch gehe, macht der Limiter auch gar nichts. Man kann ihn an- und ausschalten und es klingt exakt gleich. Aber wenn ich jetzt den Limiter teste, also ich gehe jetzt tatsächlich mal rein in den Limiter. Ja, passiert nichts. Bleibt, wie es ist. Also er limitet. Was er da genau macht, will ich auch gar nicht wissen. Jetzt mache ich das wieder mit dem Kompressor. Also der Kompressor ist an. Das wird alles fetter. Übrigens, das Heavy-Setting ist tatsächlich sehr fett. Das würde ich auch, glaube ich, nicht verwenden. Aber jetzt spreche ich hier Heavy rein. Es ist schön laut. Nochmal zum Vergleich. Ausgeschaltet. Und jetzt nochmal mit Heavy. Da ist schon nochmal ein bisschen mehr Umpf dahinter. Und jetzt übersteuere ich dann nochmal in den Limiter rein. Achtung, in 3, 2, 1. Jetzt bin ich wieder laut. Und jetzt hat der Kompressor wieder zugemacht. Und er bleibt zu. Ich habe auch schon mal gewartet. Ich warte jetzt mal. Ich warte jetzt einfach mal. Und vielleicht braucht der ein bisschen Zeit. Also so viel Zeit sollte reichen. Aber da tut sich überhaupt nichts mit dem Kompressor. Und jetzt schalte ich ihn aus. Und jetzt ist er wieder auf. Das Ding ist kaputt. Das Ding wäre so schön, wenn es funktionieren würde. Ein Kompressor hat gefälligst einen Release zu haben, wo er dann auch wieder aufmacht. Und dieses Release scheint im MV7 nicht zu existieren. Funktional kaputt.